Musik Ob Sie sich dazu entscheiden mit Wanderschuhen oder lieber in Designer-Hills aufzukreuzen, Portland wird Ihnen die perfekte Nische für einen erinnerungswerten Aufenthalt geben. Vom zentralen PDX-Flughafen bin ich gerade super easy ins Max Light Rail umgestiegen und freue mich jetzt auf die Stadt der tausend Gesichter. In Portland hat man leicht das Gefühl, in Europa zu sein. Im Pioneer Courthouse Square, der auch Portlands Wohnzimmer genannt wird, tobt das Leben. Die Stadt ist bequem zu Fuß zu erobern und jedes Stadtviertel hat seinen eigenen Charakter. Nach einem netten, mehrwertsteuerfreien Shopping Day an der Northwest 23rd Avenue zum Beispiel, lockt gutes Essen bei Papa Heiden. Wenn Sie Lust zum Draußensitzen haben, probieren Sie Joe Bar. Wofür auch immer Sie sich entscheiden, Sie werden schnell bemerken, warum Portland den erstklassigen Ruf der frisch-biodynamischen Lokalkoststadt besitzt. Mit über 50 Brauereien und mehr Brauereikneipen pro Kopf als jede andere Stadt in den USA ist Portland eine der Bierhauptstädte der Welt. Hier im Washington Park mietet man sich am besten ein Fahrrad oder man wandert durch Hoyt Arboretum und Forest Park. Der weitreichende Washington Park ist nur ein paar Minuten westlich von Downtown Portland entfernt. Sein japanischer Garten hat den Ruf, einer der besten japanischen Gärten außerhalb Japans zu sein. Bestaunenswert ist außerdem der wunderschöne Rosengarten, der im Jahr 2006 den Garden of Excellence Award erhielt. Egal zu welcher Jahreszeit, Portland's Hafengebiet und das Riverplace-Viertel bieten herrliche Aussichten und Aktivitäten für Festivalliebhaber, Nachtschwärmer, Fahrradfahrer und Schiffsbegeisterte. Auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke können Sie eine Reihe von Brennereien, Kellereien und Brauereien besichtigen. Naturliebhaber sollten außerdem die Columbia River Schlucht besuchen, die Heimat des Multnomah Falls mit 191 Metern, der höchste Wasserfall Oregons. Wer sich in Portlands berühmte Foodcart-Kultur stürzen möchte, beginnt am besten bei der Elder Street an der 10. Avenue. Hier lassen sich Geschmäcker aus so ziemlich jedem Land kosten. Nur zwei Häuserblöcke weiter finden Sie das kultivierte Pearl District, die größte Neu- und Gebrauchtbuchhandlung in den Vereinigten Staaten, auch mit einem signifikanten deutschen Bestand. Ein Besuch bei dem Samstagswochenmarkt an der Portland State University lohnt sich übrigens auch. Unter der Woche gibt es weitere Märkte über die ganze Stadt verstreut. Und wenn Sie vom Stadtleben genug haben sollten, können Sie Ihre Füße ins Cannon Beach-Salzwasser eintauchen. Die Oregon-Küste ist einfach atemberaubend. Can't wait to see you in Portland, Oregon. Castelnummer an der Wボde W